Hi, this is Srechan Lackic. Chance now for Lackic. Oh, he's done it well! Na, die wackeln jetzt. Necken erstört. Lackic wieder drin. 2 zu 1. Doppelpack. Seine ersten Bundesliga-Treffer überhaupt. Licevic, der wird nicht richtig angegangen. Lackic, Tor. Der Aufsteiger führt sensationell gegen den Rekordmeister 2 zu 0. Louis van Gaal sprachlos. Abschlag Sippel. Hofer verlängert mit dem Kopf. Und Lackic macht ihn rein. Tor. 0 zu 1. 20. Minute. Lackic mit seinem 4. Saisontor im 3. Spiel. Eine unglaubliche Quote. Lackic tritt an. Und nach 3 Minuten steht es 0 zu 1. Lackic trifft an seinem 27. Geburtstag und beendet eine 198 Minuten lange Torflaute der Lauterer. Diesmal wieder Licevic mit der Vorbereitung. Lackic ist da. Das 0 zu 3. Mit Stridschan Lackic trifft auch der dritte Kroate im Dress der Roten Teufel. Sein siebter Saisontreffer. Werkball Nummer 1 in diesem Spiel. Und der ist sehr gut. Lautern führt 1 zu 0. Lackic. Bei Kaiserslautern hat es übrigens auch eine kleine Rotation gegeben. Aber das vielleicht später. Jetzt Lackic auf dem Weg. Torf 3-0. Tischan Lackic. Lackic 15 Uhr gegen Schalke 04. Ich glaube das war heute für alle, ich glaube für die Zuschauer und auch für die Mannschaften ein ganz ganz besonderer Tag, oder? War okay. Natürlich war ein perfekter Tag für uns. Wir freuen uns riesig, dass wir so hoch gewonnen haben. Und super. Wenn man 5-0 gegen Schalke spielt, dann muss irgendwas ganz besonders gut laufen. Da Schalke 04 ja eine Mannschaft, die mit Superstars gespickt ist. Was war es, was euch heute so unheimlich stark gemacht hat? Ja, wir haben wirklich als Mannschaft gespielt. Und wir haben Tore gemacht. Sehr früh. Das war auch wichtig. Und dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Und am Ende haben wir hoch gewonnen. Perfekt. Einwurf dick. Kirch. Tiffert. Und in der Mitte Lackic. Tor. Schöne Bescherung für Succan Lackic, der das schnellste Tor der Saison erzielt. Nach gerade mal 23 Sekunden führt der Aufsteiger. Passanen. Und in der Mitte Mertesacker zu spät. Und was Wiese da reklamiert, weiß er wohl selbst nicht so genau. Lackic, 2 zu 1 in Bremen gewonnen. Das 1 zu 0 nach nur wenigen Sekunden. Hast du schon mal so schnell ein Tor geschossen? Ich weiß es nicht jetzt. Dieses Jahr sicherlich nicht. Rutscht da aus und darauf warten die Gäste. 2 Tore gemacht haben und ich bin glücklich, dass wir mit den Toren gewonnen haben. Und das ist alles.